Wir haben fünf mit der Entscheidung gerechnet an diesem Lübber, wieso lassen sie uns schon wieder im Stich? Wir haben ihn schon wieder im Stich, aber wir haben ihn schon wieder im Stich, aber wir haben ihn schon wieder im Stich! Ja, das war ein bisschen krampier. Es geht um über eine Million Arbeitsplätze und Existenzen, die seit März wie in einem Berufsverbot leben müssen oder aufgrund der Bestimmungen ohne jeglichen Gewinnwirtschaften. Wie fühlt sich das an, seit März quasi über Nacht nicht mehr arbeiten zu dürfen und kein Cent ist seitdem mehr ins Portemonnaie gefallen? Da helfen warme Worte wenig. Vielen Dank.